Ein Kopf mit außergewöhnlichen Talenten und einer Identität, von der keiner etwas wissen darf. Ein neuer Partner, den die Vergangenheit nicht loslässt. Soll das hier ein schlechter Scherz sein oder was? Sie war ein Roboter, verstehst du? Eine Mordserie, geplant von einem Psychopathen. Unter uns existieren Roboter, die sich als Menschen ausgeben. Diese widerwärtigen Menschen-Imitate, genannt die Thirds. Es gibt nur eine Wahrheit. Doch die könnte beide das Leben kosten. Der Job wird allmählich langweilig, Lieutenant. Versorgen Sie mir mal einen anständigen Partner. Die legendäre Serie zum Kinohit Armitage the Third. In der Extended Version mit nie gesehenen Bildern. Jetzt auf DVD. Und jetzt auf DVD. WDR